Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Jungfrau, deine natürliche Fähigkeit, zuzuhören und dich in andere einzufühlen, macht dich sehr empfänglich für ihre Bedürfnisse und Gefühle. Der heutige Tag bietet dir eine hervorragende Gelegenheit, anderen zu helfen und sie zu unterstützen, wenn sie es brauchen. Deine außergewöhnliche Fürsorge strahlt am hellsten, wenn du den Bedürftigen in deiner Umgebung eine helfende Hand entgegenstreckst. Ziehe in Erwägung, bei deinen Bemühungen, anderen zu helfen, über dich hinaus zu wachsen. Sei ein wahrer Freund und zeige deine außergewöhnliche Fähigkeit zu Empathie und Mitgefühl. Ob es ein tröstendes Wort, eine helfende Hand oder einfach nur eine Schulter zum Anlehnen ist, deine Anwesenheit und deine Unterstützung können den Tag eines anderen Menschen entscheidend verbessern. Kleine Taten der Freundlichkeit können eine große Wirkung haben, und deine aufrichtige Fürsorge wird zweifellos jemanden zum Lächeln bringen. Schüchternheit kann gelegentlich eine Herausforderung für dich sein, Jungfrau. Ironischerweise könnten manche deine Schüchternheit mit Selbstbewusstsein oder Unnahbarkeit verwechseln. Wenn du die meiste Zeit deines Lebens schüchtern warst, erkennst du sie vielleicht nicht einmal als solche. Es ist wichtig, dass du dir deine Schüchternheit eingestehst und darüber nachdenkst, deine Gefühle mit deinem Umfeld zu teilen. Du wirst feststellen, dass die Menschen dir gerne helfen, deine Schüchternheit zu überwinden und dir die nötige Unterstützung geben. Wenn du eine neue Art von Training ausprobieren möchtest, aber Angst hast, es alleine zu machen, zögere nicht, dir Hilfe zu suchen. Bitte einen Freund oder eine Freundin, dich auf deiner Fitnessreise zu begleiten, um dich zu motivieren und dich zu unterstützen. Alternativ kannst du auch Fitness-Apps oder Online-Ressourcen nutzen, um mit Trainern in Kontakt zu treten, die dich durch verschiedene Übungen führen und dir helfen, Vertrauen in deine Fähigkeiten aufzubauen. Du wirst vielleicht angenehm überrascht sein, wie bereitwillig dir andere mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das übergreifende Thema der nächsten drei Wochen dreht sich um den Konflikt zwischen dem Alten und dem Neuen. Du stehst auf der Seite des innovativen, aufgeschlossenen und kooperativen Denkens und lässt dich auf neue Ideen und Ansätze ein. Im Gegensatz dazu halten andere vielleicht an veralteten, traditionellen Denkweisen fest und wehren sich gegen Veränderungen. Auch wenn dieses Aufeinandertreffen von Ideologien eine Herausforderung darstellt, wird dich dein Engagement für Fortschritt und Innovation durch diese Zeit führen. Du besitzt die einzigartige Fähigkeit, die Energien der Menschen um dich herum aufzunehmen und zu reflektieren, wie ein strahlender Spiegel. Heute haben Gespräche einen Hauch von Aufregung und du hast interessante Informationen zu erzählen. Wenn du auf der Suche nach einer besonderen Verbindung bist, können dein Charme und deine geistreiche Unterhaltung einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Deine Fähigkeit, andere mit deinen lebhaften und intelligenten Reden zu begeistern, macht dich zu einer verlockenden Erscheinung, die die Menschen näher an dich heranführt. In dieser Woche richten sich die kosmischen Energien zu deinen Gunsten aus und versprechen eine wunderbare Wendung des Schicksals, die Freude und Überraschung in dein Leben bringen wird. Das Universum hat sich verschworen, um dir einen unerwarteten Moment zu bescheren, der deine Laune hebt und deine Tage mit Glück erfüllt. Egal, ob es sich um ein unerwartetes Geschenk eines Freundes, einen lang erwarteten Durchbruch in deiner Karriere oder eine zufällige Begegnung mit einem besonderen Menschen handelt, diese wunderbare Überraschung hat das Potenzial, dein Leben zu erhellen. Um dieses erbauliche und glückliche Ereignis in vollen Zügen zu genießen, musst du dein Herz und deinen Geist offen halten und bereit sein, die Freude zu empfangen, die es mit sich bringt. Es erinnert dich daran, dass das Leben voller schöner Überraschungen ist, die darauf warten, entdeckt zu werden. Der Krebsmond steht heute im Einklang mit dem rückläufigen Uranus, der uns Erdbewohner mit einer elektrisierenden Energie versorgt. Dieser kosmische Einfluss ermutigt zu Authentizität und emotionalem Ausdruck. Heute ist ein Tag, an dem du aus deinem Herzen sprechen kannst, ohne Angst vor Urteilen oder Missverständnissen. Deine Emotionen werden für andere transparent sein, was eine offene und echte Kommunikation ermöglicht. Nutze diese Gelegenheit, um mit anderen in Kontakt zu treten, denn du weißt, dass deine Worte und Gefühle auf Verständnis und Akzeptanz stoßen werden. Es ist ein Tag, an dem du du selbst sein und deine wahren Gefühle zeigen kannst. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Taro-Karten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die Hierophanten-Karte steht für Tradition, Spiritualität und die Führung durch einen Mentor oder eine Institution. Diese Karte deutet darauf hin, dass du dich heute vielleicht dazu hingezogen fühlst, Weisheit und Führung von traditionellen Quellen oder Institutionen zu suchen. Sie steht für eine Zeit, in der du nach Antworten in etablierten Lehren suchst oder den Rat eines vertrauenswürdigen Mentors einholst. Der Hierophant ermutigt dich, deine Werte und Überzeugungen zu ehren und gleichzeitig offen dafür zu sein, von denen zu lernen, die einen ähnlichen Weg vor dir gegangen sind. Er erinnert dich daran, dass die Weisheit in der Tradition und den Lehren anderer zu finden ist. Zusammen mit dem Hierophanten haben wir das Ast der Münzen. Diese Karte steht für eine neue Chance auf finanziellen oder materiellen Reichtum. Sie steht für eine Zeit des Wohlstands, des Wachstums und für das Potenzial eines Neuanfangs in deinem materiellen Leben. Das Ast der Münzen lädt dich dazu ein, diese Chance zu nutzen, indem du praktische Schritte unternimmst, um deine Ziele und Wünsche zu verwirklichen. Es erinnert dich daran, dass Erfolg durch Hingabe und harte Arbeit erreicht werden kann. Als letztes haben wir die Königin der Stäbe. Diese Karte steht für Selbstvertrauen, Kreativität und ein starkes Selbstbewusstsein. Sie steht für eine Zeit, in der du dein inneres Feuer umarmen und deine Ziele mit Leidenschaft und Entschlossenheit verfolgen kannst. Die Königin der Stäbe ermutigt dich, an deine Fähigkeiten zu glauben und mutig und selbstbewusst an deine Vorhaben heranzugehen. Sie erinnert dich daran, deine Kreativität zu nutzen und sie als Quelle der Inspiration einzusetzen. Zusammen bilden der Hierofant, das Ast der Münzen und die Königin der Stäbe eine Kombination aus der Suche nach Orientierung, dem Ergreifen neuer Möglichkeiten und dem Verfolgen deiner Ziele mit Zuversicht und Entschlossenheit. Mach dir heute die Energie des Hierofanten zunutze, indem du Weisheit und Führung von traditionellen Quellen oder einem vertrauenswürdigen Mentor suchst. Sei offen für Neues und achte auf deine Werte und Überzeugungen. Verkörpere gleichzeitig die Energie des Ast der Münzen, indem du die neue Chance auf finanziellen oder materiellen Reichtum erkennst. Ergreife praktische Maßnahmen, um deine Ziele zu verwirklichen, und arbeite fleißig auf die gewünschten Ergebnisse hin. Schließlich kanalierst du die Energie der Königin der Stäbe, indem du an deine Fähigkeiten glaubst und deine Ziele mit Leidenschaft und Zuversicht verfolgst. Nutze deine Kreativität als Quelle der Inspiration und lass dich von deinem inneren Feuer leiten. Heute ist ein Tag, an dem du nach Orientierung suchst, neue Chancen ergreifst und deine Ziele mit Zuversicht verfolgst. Lasse dich von der Weisheit der Tradition leiten, arbeite fleißig an deinen materiellen Zielen und glaube an deine Fähigkeiten. Wenn du die Qualitäten dieser drei Karten kombinierst, kannst du den Tag mit einem Gefühl der Zielstrebigkeit, des Überflusses und der Entschlossenheit bewältigen. Zielen 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 Untertitelung des ZDF, 2020